Tjuzarhev von Faxaskiol, liebevoll Blume genannt, heißt diese junge Fuchsstute und sie ist ein Verkaufspferd vom Bockholzhof. Blume wird in diesem Jahr 5, sie ist super niedlich, aktuell noch dreigängig geritten, sehr brav und unkompliziert. Wir haben hier ein Video zusammengeschnitten mit auch ein bisschen Freilauf und Bodenarbeit, damit man schon mal sehen kann, wie weit sie ist. Hier mit dem Ball, ganz unerschrocken dieses Pferd, also total easy und unkompliziert vom Temperament im ruhigen Bereich, unterer, mittlerer Bereich würde ich sagen. Und ein freundliches, nettes Pferd mit hübschen Bewegungen in den drei Grundgangarten. Sie wird jetzt demnächst ans Eintölten herangeführt werden, aber erstmal wollten wir sie zu einem sicheren und ordentlichen Reitfeld machen. Blume ist aktuell geeignet für den Freizeitreiter, vielleicht nicht für den Anfänger, da sie noch so jung ist, aber auch ungeübtere Reiter können mit Blume sehr viel Spaß und Freude haben, da sie einfach alles mitmacht. Auch kann ich mir vorstellen, dass sie mal in einer Reitschule eine gute Figur abgibt, aber im Moment denke ich, dass sie im Freizeitbereich ganz großartig aufgehoben ist, auch im fertiggestützten Coaching und wie man hier sieht, für Bodenarbeit, ressortmäßiges Reiten, Trailreiten und Spaß im Gelände ist Jura Heft zu haben. Also, wir mögen sie sehr gern, unser Blümchen und wenn sie euch genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch bis dahin noch viel Spaß mit Blume. Achso, die Daten natürlich findet ihr oben im Video, so wie immer. Bis dahin noch viel Freude! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.